Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stormtribe und zwar die wahrscheinlich letzte Aufnahmesession. Äh, ja wir sind jetzt wieder bei dem Kampf mit den, äh, 6 Jinshuri-Ki oder Jinshuri-Ki, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, und ich weiß gerade nicht genau, warum ich Kampfbeginn drücken muss, weil doch eigentlich erst die Entscheidung kommt. Ich hab jetzt, ähm, wie man sieht unten links, der hat Inventar nochmal aufgefüllt, also die ganzen Items und ich hab so ein Verteidigungs-Bendo gephrasen, damit ich ein bisschen mehr Verteidigung hab. Und ich denk, wenn ich jetzt Kampfbeginn drück, kommt nochmal die Entscheidung, was ich wähle. Und ich bin grad die ganze Zeit schon am überlegen, ob ich jetzt, ähm, das Einfachere wählen soll oder ob ich nochmal das Schwerere wählen soll, einfach als Herausforderung. Und außerdem ist das Spiel dann bald schon zu Ende und ich will da noch ein bisschen dranhängen. Ja, das hat man ja schon gesehen, ne? Das ist jetzt die Frage, was mache ich wieder? Soll ich nochmal alle auf einmal bekämpfen oder soll ich wieder einzahlen? Ich würde ja Shang gerne mal probieren, das ist schwierige, ne? Zumal ich bei dem Legenden, äh, bei dem Heldding, ja, da bin ich ja schon Stufe 4 bei dem Legenden und, ähm... 6 Personen sind kitzig, so ein bisschen, aber ich bin ja schon zu Ende. Ne, ich mach, glaub ich, nochmal das da. Ich will einfach die Herausforderung. Und außerdem würde ich auch mal irgendwas Schweres schaffen, die ganz so ein Hilae-Scheiß nehmen. Diesmal hab ich ja auch mehrere Items und hab auch so einen Verteidigungs-Bendroding gephrasen. Das dürfte ja dann eigentlich funktionieren. Ich hab mir übrigens auch so, äh, Tausch-Jutsu-Stämme gekauft für total viel Geld. Zehn Stück. Und die dürften hoffentlich gut funktionieren. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt auch in der Vereinigung merke im Vergleich zum letzten Kampf, damit ich die ganze Zeit wieder abkack. Ich bin gespannt. Oh Gott. Wir warten natürlich erstmal jetzt auch total normal. Oh. Oh Gott. Ich hasse die Attacke, das ist nicht so scheiße. Nein. Halt, Stopp. Ich lebe, wo ich den Angreifer habe, egal. Hey. Aua. Weil ich verliere echt total wenig Leben, dadurch, dass ich das ungebend oder gefressen habe. Das war dann nur mit der Stärkste, das war diese... Ja. Starker Schub. Bento, ne? Dieses... Ja, Maximum-Ding. Ich fress mal jetzt so ein Stamm-Ding in der Nacht, mal gucken, was passiert. Wow, hier ist einfach zu viel auf einmal. Ich fliege überhaupt nicht durch. Ich hab so wenig Chakra die ganze Zeit, das ist irgendwie dumm. Okay, das ist okay. Okay, der Teil hält anscheinend nicht so lange an. Das geht gerade leider festzustellen. Das war leider jetzt schon ein Symbol. Ich hab mir schon leider nicht einsetzt, da können wir es zu lane machen. Ja, ist okay. Ah, wie der einfach mal ausweicht. Ja, okay. Ich seh ich schon ein, ich bin schon wieder total am Abkacken. Ich hab nur jetzt einen von dem besiegt. Richtig gut. Gutarkai. Aua. Okay, der haut schon mal ab. Bi, helf mir mal eben. Okay, diese Dinger da, die bringen echt viel. Diese Wunder-Elixierteile. Aber ich sollte mir vielleicht ein bisschen was aufnehmen, weil der Tier ist ja bestimmt nicht der letzte Kampf. Auch wenn der gestanden hat. Der wäre nämlich ein komischer letzter Kampf. Ich muss die ganze Zeit hier die Attacke einsetzen. Einfach weil die, keine Ahnung, damit ziehe ich sie am schnellsten und effektivsten. Ja, Leben ab, ohne dass ich Gefahr laufe, dass die anderen mich angreifen. Na. Okay. Auf weg. Auch eine Rute. Aua. Ja, ist okay, danke. Voll daneben. Wir helfen mir mal. Verteidige mich. Freuerte, sehr wichtig. Geil, zum Angriff. Selbst besiegt. Gut, zwei sind freck. Das war nicht schwerer Kampf, aber das ist ein Schmuck, ich hab mir gewünscht, dass man ein bisschen schwerer wird. Ja, ob das weiter mit dem Angriff ist angegriffen. Toll. Aua. Komm schon. Oh, der ist ein Angriff, so scheiße. Yes, getroffen. Han. Ist der der neue, der gerade aufgetaucht ist? Ich weiß es nicht. Ich trink mal so eine Flasche da. Läuft mich jetzt ab. Gut, ich wurde halt getroffen, dank meinem Angriff. Ja, wow. Wo kommst du denn her? Ich muss echt öfter das Spiel zu des Tauschen zu einsetzen. Ich hab ja noch die Stammdinger da. Kann ich auch einsetzen. Den nutze ich irgendwie nicht. LOL. Naja, Tacke. Und B hilft mir auch noch, die Übelstungsknauze reinigen. Oh, Mist. Der dumme Attacke hat das abgeklockt. Nein. Ja, wow. Der kann ja sehr gut treffen. Hallo, kann es noch aufhören? Oh, Bier hat mir geholfen, danke. Ja. Das dürfte ich jetzt nicht sein scheiß Angriff dauerne treffen. Hoffe ich zumindest. Yes. Und der ist auch besieg gut. Okay, jetzt sieht es deutlich besser aus als beim letzten Mal. Aua. Ich muss mich leider ein bisschen konzentrieren, deswegen rede ich so wenig. Hä? Äh, wir ritten jetzt. Ich hätte jeder von mir hören. Los. Der muss töten. Aua. Gut, jetzt habe ich davon schon mal keine mehr. Ey, ich muss unbedingt den dummen Typen da mit seinen Feuerkack da ausschalten. Der ist ja nur so nervig. Aua. Der ist sehr stark. Hallo, hörst du gut auf? Nein. Oh nein, sterb ich total wegen der... Och, ist das für dumme Typen. Der Teil da fressen. Muss unbedingt da hinten ausschalten und fressen wie. Oh, der ist ja fast tot. Nee, ist ganz tot. Ach, schaffst du den. Der ist voll der behinderte Kacktie, ohne den wir der Kampf so einfach. So einfach wäre jetzt auch nicht. Aber trotzdem. Okay, noch eine Tode, aber trotzdem verliere ich übelst. So wie aussieht. Dummer Roshi, der ist so beschissen. Das ist so von allen. Das ist ein bescheuertes Affen, ne? Oh, dumme Kuh, das ist mit Ruhe. Nein. Nein. Toll. Oh Mann, ich hätte den noch fast besiegt. Och, kacke. Jetzt meine ganzen Items weg. Das wäre ein bisschen beschissen. Ich will das aber schaffen. Ich mache das jetzt so lange, bis ich das geschafft habe, weil wenigstens eine schwerere Herausforderung will ich mal. Ich muss unbedingt zuerst auf den dummen Roshi-Typen da zielen. Den muss ich als erstes ausschalten. Ich habe mir allgemein noch nie eine Strategie überlegt, wie ich es sich vielleicht mal machen. Oh, wie, das war jetzt nicht so gut. Ja, ist okay, hör bitte auf. Warum kreifst du da hinten an? Kann man nicht irgendwie... Oh, man kann halt wechseln. Oh, der weiß schon immer aus, so wie der aussieht. Ja, wow. Ist ja sehr gut im Treffen. Lass mich den weiter angreifen, der ist scheiße. Ja, genau. Mitten im Angriff kommt der Typ, der erst mal haut mir in die Schnauze. Aber der hat schon total wenig Leben, das ist schon mal gut. Hä? What the fuck? Was ist denn das gewesen? Voll der Bug. Okay, ist auch noch nie passiert. Nein, ich will den angreifen. Los, jetzt. Boah, scheiße. Komm schon. Nein, wie, hilf mir. Ja, ist okay. Oh, Gott sei Dank, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Endlich. Ja, der kann ich einfach weiterhören, ist okay. Ich bin auch noch da. Hä? Ich bin auch noch da, da gibt es keinen Sinn. Ui. Ui. Ja, was ist denn hier, die derbe Korallenanfälle. Ja, ist okay, auch mit dem dummen. Äh, Aua. Ne, bitte aufhören. Warum kann die so, die hat doch so eine komische Katze als Gegner, äh, als Vieh-Unit. Leute, die greifen mich nicht hinterher an. Hätte er jetzt gemacht. Jetzt sind dumme Utaka da kaputt, bäsch'n. Er nervt mich auch mit seinen bescheuerten Blasen. Ich muss ein bisschen Zweideutsch anbrechen, aber egal. Ja, durch die durch. Äh. Kein, ich wollte den gar nicht angreifen, aber egal. Wenn der sich so bescheuert in den Weg stellt. Hätte ich ja nichts für. Ja. Wie verwacke ich den eben getroffen habe, war auch cool. Dumme ist, ich sehe gerade gar nicht, wie die Gegner sind. Komm mal ein bisschen so draufklappen. Schluss, er hätte man mit dem Rasengan angreifen, auch wenn das so geil aussieht. Los, letzter Schlag. Ja. Sehr Dank. Ja, jetzt macht er da erstmal die dumme Abbaus-Szene. Oh, der ist auch scheiße. Das kann doch der finden. Ach, der hat da komische Galopp-Fieder, ne? Aua. Okay, die nervt auch schon ein bisschen mittlerweile. Aber nicht mehr lang. Okay, ich hab noch nicht viele Items eingesetzt, das ist schon mal gut. Der einfach getroffen. Ja, ich kann auch Chakra aufladen. Pass auf. Au, stimmt. Das war dem so Angriff. Matsch, matsch, matsch. Poli ist auch kaputt. Richtig gut. Ich habe jetzt irgendwie angegriffen. Der muss auch auf jeden Fall weg. Der nervt mich extrem mit seinen Angriffen. Aber ich bin immer noch froh, dass der das Feuertyp weg ist. Der war ein beschissenes von allen. Oh, das war sehr gut. Ja, renn erstmal in Angriff. Meine Säcke. Danke. Danke für diesen guten Morgen. Danke für diesen frühen Tag. Mische Küchenlieder. Die bringen sich bestimmt. Aua. Ja, wie, der trifft einen ja immer. Kannst du nicht aufhören? What the fuck? Ja, danke. Ey, ich kann überhaupt nicht ausweichen. Ich habe mir vielleicht so Chakra-Dinger mitholen sollen, wenn das nichts passiert. Die ist irgendwie total im Arsch. Der Damm muss jetzt endlich mal weg. Der nervt extrem mit seinen Angriffen. Habe ich schon tausendmal gesagt, aber egal. Die stören meinen Spielefuß. Ja, ist okay. Hör bitte auf. Ich zweifel soll das... Hä? Wo ist denn der Ruto jetzt hingeflogen? Ja, ist okay. Danke. Komm, gehen die letzten Kruppe schon jetzt ab. Ich muss Chakra auffüllen. Oh Gott. Ja, ich sehe sehr viel. Danke. Danke der Nachfrage. Oh, man kann das ablocken. Ja, ist okay. Danke. Oh nein, trifft doch. Nein, drunter durch. Ja, letzter Angriff trifft mich. Jetzt habe ich die dumme Kuda getroffen. Hau ab. Dein stylisch mintgrünen Haar. Nee, ist wieder voll in. Wo? Nein. Oh, der nervt. Geh bloß weg. Nein, geh weg. Geh weg. Oh, oh, oh. Ja, tatsächlich mit dem Block, ne? Ma, ich habe den noch fast jetzt stört. Nee, du. Ha, ha. Ja, ja, nein, da hinten, du. Nein. Ey, ich kriege zu viel. Hau doch noch einmal den anderen Typen, bitte. Nee, die. Mein Gott. So lange bin ich auch schon lange nicht mehr bei Let's Play aufgeregt. Jetzt, hau den Arsch da weg. Danke, Bee. Danke. Oh, Bee ist tot. Nein, jetzt stirb. Wo ist denn der jetzt? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich fliege auch noch mehr durch. Ja. Ist jetzt tot. Jetzt stirb doch mal. Wie viel Leben? Warum? Jetzt, jetzt aber. Gott sei Dank. Hä? Ja, ist das der Letzte? Ey, dummer Sunbi-Schwack. Oder jetzt stirb los. Wehe. Warum? Danke. Oh, wehe. Der besiegt mich jetzt nicht mehr. Okay. Okay.